Moin und Servus, euer Mai hier. Ich grüße euch herzlich zu einem neuen Video und zwar sprechen wir heute über das lang erwartete Thema Gear 4. Bei Gear 4 gibt es einiges zu besprechen. Ich weiß nicht ob ich euch davon heilen kann oder sowas, aber ich kann euch zumindest zeigen wieso ihr kein Gear 4 haben solltet und vor allem wieso ihr jetzt am Anfang des Vibes kein Gear 4 haben solltet. Wir werden in dem Video eine kleine Kampfsimulation machen und werden uns die dann anschauen und auch werden wir darüber sprechen, wieso es auch wirtschaftlich absolut keinen Sinn macht, Gear 4 zu haben, denn am Ende des Tages verliert ihr durch euer Gear 4 mehr Gear als ihr eigentlich anhäuft oder eben schützt dadurch euer Gear 4. Als allererstes schauen wir uns aber erstmal an was ihr in der Stash habt und machen da ein kleines Mathe Beispiel um zu schauen was bringt jetzt da mehr an der ganzen Sache und dafür gehen wir jetzt mal rein ins Spiel und schauen mal was ich so in der Stash habe und dann schauen wir das mal durch da. So da sind wir also bei mir in der Stash aktuell. Welches Level sind wir denn aktuell? Wir sind aktuell Level 22. Wir haben jetzt hier diese AK einfach mal als Beispiel genommen. Die AK 105 habe ich jetzt mal hier. Die habe ich jemanden abgenommen. Eine super gemoddelte Waffe gerade für Anfang des Vibes. Ist die echt gut, 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 gut unterwegs. Wir nehmen die AK 105 und schauen mal was die uns bringt. Also wenn sie hier in der Stash liegt, wenn sie hier in der Stash liegt, bringt sie uns genau 0 Rubel. Sie bringt uns gar nichts, sie nimmt uns Platz weg. Unser Stash ist kleiner dadurch. Die liegt hier dran, verbraucht Platz und ja, macht nichts. Kann keinen Gewinn abwerfen, macht aber auch keinen Verlust. Ist eine komplette Nullrechnung. Also wenn man Stash-Size hier als 0 Rubel berechnet. Gehen wir allerdings zu Mechanic und verkaufen diese Waffe. Wenn wir diese Waffe hier verkaufen, so wie sie ist, kriegen wir 71.715 Rubel dafür. Was ein ordentlicher Chunk an Money ist, ganz klar. 71.715 Rubel für diese sehr gut gemoddete Waffe ist Geld auf jeden Fall. Aber, was wir hier nicht bedenken, um uns ebenfalls eine Waffe zu modden, die in etwa so aussieht, müssten wir viel, viel mehr Geld ausgeben. Was bringen uns also diese 71.715 Rubel, wenn wir die jetzt hier verkaufen würden und würden, sagen wir, dann eine Adar spielen wollen. Wir gehen rein, schauen, eine Adar, die gibt es bei Skir. Eine Adar 215, hier 215, kostet uns 45.819 Rubel. Und wir können die so noch nicht mal spielen. Wir können hier nicht zielen oder sonst irgendwas. Wir haben nämlich keine Kimme hinten dran. Wir brauchen da also noch ein gewisses Modding. Entweder müssen wir den Gasblock wechseln. Der Gasblock kostet uns ebenfalls nochmal Geld. Wenn wir hier mal nachschauen, der Gasblock bei Mechanic Level 1 kostet uns nochmal 5.000. Und dann sind wir schon bei 53.000. Dann bleiben uns weniger als 20.000 übrig. Machen wir dann noch ein Red Dot drauf für, sagen wir einfach mal, 10.000. Ein richtig günstiges. Dann sind wir schon bei 60.000 und dann bleiben wirklich nur noch 10.000 übrig für die ganze Sache. Und ja, ihr seht, ihr seht, ihr hättet, wenn ihr diese Waffe nicht verkauft hättet oder sie nicht in der Stash liegen lassen könnt, hättet ihr hier eine Waffe, die einen Wert von, sagen wir einfach mal, 140.000 hat. Ihr kriegt aber beim Händler nur 70.000 dafür. Und während sie in der Stash liegt, kriegt ihr 0 dafür. Was will ich euch damit sagen? Wenn die Waffe in der Stash liegt, kann sie euch kein Gear bringen und sie ist bereits verloren. Weil ihr könnt damit genauso viel machen, als wenn ihr sie bereits verloren hättet. Sie liegt einfach in eurer Stash und bringt gar nichts. Wenn ihr sie an den Händler verkauft, kriegt ihr wenigstens noch 70.000 Rubel und könnt euch davon dann eine billigere Waffe kaufen, die nicht so gut performt wie diese Waffe hier und nahezu das gleiche kostet. Das schon mal so. Also, ich würde sie echt lieber verkaufen und euch dann eine andere Waffe verkaufen, als dass sie nur in der Stash rumliegt. Das ist schon mal ein Schritt, den wir machen müssen, den wir verstehen müssen. Dass eine Waffe, ein Gear, welches in eurer Stash liegt, absolut keinen Wert hat. Entweder wir machen es direkt zu Rubel oder wir spielen sie. Aber drin liegen lassen und nie auspacken ist keine Option. Ist keine Option. Und das soll euch nur ein kleines Beispiel sein hier für die ganze Sache. Viel dramatischer wird das Ganze, wenn wir das mit Armor machen. Armor bringt uns nämlich in der Regel mehr als eine gemoddete Waffe. Denn bei einer gemoddeten Waffe kommt es eher darauf an, was für Munition wir reinpacken. Aber Armor hilft uns einfach immer, wenn es gute Armor ist. So, wenn wir diese Gesell jetzt hier für 70.000 verkaufen, welche Armor können wir uns für 70.000 kaufen? Schauen wir einfach mal. Eine Gesell ist Level 5 Armor. Und das wird später in der Kampfsimulation nochmal sehr interessant, was wir mit Level 5 denn aushalten. Hier, wir können die für 70.000 verkaufen, kriegen dafür dann für 50.000 zum Beispiel. Eine 6B3 TM Armor, die nur Level 4 ist, 40 Hitpoints hat, noch mal weniger als die Level 5 Armor sogar. Und gut, wir haben dann 20.000 Gewinn gemacht, aber sind um einiges schlechter geschützt. Jedes Armor Level bringt euch so viel mehr Protection, dass es unbezahlbar ist eigentlich zum vorherigen Armor Level. Also klar, irgendwo ist da eine prozentuale Steigerung drin, aber sie spiegelt sich einfach in den Händlerpreisen nicht wieder. Der Level 5 Armor ist so viel besser als eine Level 4 Armor, dass ich selbst eine Level 5 Armor mit 20% einer Level 4 Armor mit 100% vorziehen würde. Genauso ist es bei Level 6 oder von Level 3 auf Level 4. Das wird später nochmal sehr interessant in der Kampfsimulation. Da werden wir das nämlich sehen. So ist die ganze Sache. Und das gleiche gilt auch für Helme. Bei Helme ist es jetzt nicht so das Problem, denn hier seid ihr zum Beispiel mit dem mit dem Penishelm, dem genannten Penishelm, bereits super beraten für 20.000 Rubel. Das ist absolut kein Geld. Der 6B47 wäre natürlich besser, weil er weniger Minus Ergo gibt, aber das einfach nur mal so gesagt. Helme sind jetzt nicht so wichtig. Darauf könnt ihr verzichten, wenn ihr unbedingt noch ein bisschen Gear 4 übrig lassen wollt. Würde ich euch aber auch nicht empfehlen, denn jeder Headshot, deren ein Helm wegtankt, ist Gold wert, ist Rubel wert. Das werde ich euch am Anschluss des Videos, werde ich euch nochmal kleine Clips reinzeigen aus dem Anfang des Wipe-Streams. Wie wir da mit Gear unglaubliche Fights gewonnen haben, die wir eigentlich hätten verlieren müssen, die bereits entschieden waren, weil wir halt einfach den viel kürzeren gezogen haben, aber am Ende des Tages dank keinem Gear 4 eben gewonnen haben. Aber genug aus der Stash. Jetzt habt ihr das in etwa verstanden, wie viel euer Gear in euer Stash bringt, nämlich gar nichts. Wir schauen uns jetzt mal eine kleine Kampfsimulation an, um euch das nochmal genau zu zeigen, wie das denn funktioniert. Dafür habe ich mir mal die BattleBuddy-App runtergeladen und die BattleBuddy-App kriegt ihr auf Apple und auf Android im App Store jeweils. Da könnt ihr dann Kämpfe simulieren, ihr könnt schauen, wie die Rüstungsdurchschlagssache ist. Da könnt ihr einfach Sachen ausprobieren, ohne dafür extra im Tag auf rein zu müssen. Ist eine sehr gute App zum Lernen, kann man immer mal kurz was simulieren, mal schauen, ist das jetzt wirklich besser als das. Da gibt es dann einfach keine Fragen mehr zu der ganzen Sache. Und ich habe mal ausprobiert, wie jemand mit einer Level 3 Armor, der sagt, boah ne, die gute Level 4 Armor, die will ich jetzt nicht spielen. Ich spiele lieber meine SUG-Pressweste mit einer AK-74N und BT-Munition. BT-Munition übrigens sehr, sehr gut am Anfang des Vibes. Wirklich unglaublich gut. Findet man auch sehr, sehr oft. Würde ich jedem empfehlen. Gegen jemand, der sagt, no, ich habe keinen Gear 4, ich kaufe mir einen U-Lach oder habe einen U-Lach da. Und ich habe noch meine Trooper Armor, die Level 4 Trooper Armor, die man zum Beispiel als USAC am Anfang bekommt. Und die probiere ich jetzt einfach mal aus und schaue, was bei der Berechnung rauskommt. Und wir sehen, die Trooper Armor gewinnt mit einem riesen, riesen Vorsprung. Obwohl die Waffe gleich war, die Level 3 Rüstung gegen die Level 4 Rüstung stinkt einfach komplett ab. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen würden, auf hunderte Fights kommen da so viele Rubel raus, die wir dadurch gewinnen. Im Gegensatz dafür, dass wir sie verlieren. Klar, ihr werdet mit gutem Gear sterben. Ich bin zum Beispiel gestern im Stream auch mit einem Loadout, was 700.000 aktuell kostet, gestorben. Das tut weh, keine Frage. Aber ich habe mit diesem Loadout Fights gewonnen, die ich nie gewonnen hätte. Und ja, das sollte euch ganz klar darstellen, was ihr dafür für mehr Chancen habt. Weil viele sagen immer so, ja Maya, ich sterbe aber eh. Ja, aber vielleicht sterbt ihr gerade eh, deswegen, weil ihr eben mit schlechtem Gear reingeht und eure Chancen dadurch dann so viel schlechter sind. Das wollte ich euch auf jeden Fall auf dem Weg mitgehen. Wenn wir die Kampf-Simulation übrigens mit einer Level 5 Rüstung machen, ich habe da mal die Killer Armor gehabt. Und dann sieht das mit 100% zu Null aus. Natürlich kann es immer noch Head Eyes geben und alles, das ist keine Frage. Aber der größte Body Part ist nun mal der Thorax und da werden die meisten Schüsse drauf gehen. Deswegen ist das schon sehr repräsentativ. Wenn euch das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann schaut euch jetzt bitte diese Clips an und spielt euer Gear. Gerade jetzt am Anfang des Vibes, ich kann es nicht oft genug sagen, gerade am Anfang des Vibes ist Gear sowas von unglaublich OP. Das gehört einfach zum Skill dazu. Skill ist nicht nur, wenn ihr in Raid jemandem Head Eyes oder sowas gebt. Skill ist jede Entscheidung, die ihr in Tarkov trefft. Sei das, was ihr im Hideout ausbaut, was ihr an Gear kauft, welche Munition ihr reinlädt. Das ist alles Skill, das gehört alles zusammen. Ein Fußballer zum Beispiel schießt auch nicht nur aufs Tor, sondern er muss wissen, wo er steht, wie er laufen soll etc. Und so ist es in Tarkov eben auch. Jede Entscheidung, die ihr macht, nachdem ihr den Play Button gedrückt habt im Launcher, gehört zu eurem Skill dazu. Und das sind wirklich Sachen, die man sofort lernen kann, die man sofort umsetzen kann, im Gegensatz zu Aim Training oder sowas. Ich spiele seit ich 12 oder 13 oder 11 bin Counter-Strike. Ich habe so viele Heads gepoppt in meinem Leben, da ist das einfach im Muskel drin. Und wenn ihr das halt noch nicht habt, dann versucht erstmal über die Skills, die ihr sofort umsetzen könnt, die ihr sofort lernen könnt, wofür es kein jahrelanges Training braucht. Versucht das umzusetzen und dann werdet ihr automatisch besser im Spiel, auch wenn ihr immer noch gleich schlecht zielt zum Beispiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe wirklich, dass ihr euer Gear 4 genommen habt. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei den kurzen Clips und ich wünsche euch was. Lasst ein Abo da, wir sehen uns. Bis dann, euer Meier. Ciao, ciao. So, ist die ja noch rum. Ja gut, jetzt reicht mein CMS nicht mehr, wa? So, ist die ja noch rum. Was ist das? 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 Was ist das?